Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den IngeMarkets Morning Call für Freitag, den 23. April. Gut, wir beginnen direkt mit dem Tagesschart im DAX, mit dem steigenden Trendkanal. Wir sind jetzt zuvor an der oberen Trendkanalbegrenzung bei 15.501 Punkten nach unten abgeprallt, haben dann den 10er EMA nach unten durchbrochen und haben dann hier eine sehr bullische Tageskerze gebildet, am Mittwoch mit einem lang unteren Schatten, einem kleinen Kerzenkörper, die bereits dann auf ein Ende der Abwärtskorrektur hingedeutet hat. Wir sind dann auch am Vortag, am Donnerstag weiter angestiegen, konnten den 10er EMA bei 15.230 Punkten dann wieder übersteigen und sind dann letztendlich bei 15.320 Punkten mit einer weißen Tageskerze aus dem Handel gegangen, eigentlich eine bullische Tageskerze. Vorbürstlich notieren wir aber wieder deutlich tiefer im Bereich von 15.270 Punkten ungefähr. Insofern bleibt abzuwarten, ob wir hier die Aufwärtsdynamik der beiden Vortage dann weiter fortsetzen können. Möglicherweise werden wir also uns nur hier leicht über dem 10er EMA aufhalten und dann diese Aufwärtsbewegung leicht über dem 10er EMA beenden und dann wieder die vorherige Abwärtsbewegung aufnehmen, erneut unter den 10er EMA fallen und dann auch hier das Verlaufstief bei 15.071 Punkten vom Mittwoch nach unten durchbrechen und letztendlich Kurs nehmen hier auf den 50er EMA bei 14.680 Punkten ungefähr. Können wir uns hingegen über dem 10er EMA halten, aktuell bei 15.230 Punkten, dann wäre hier mit einem weiteren Hochlauf zu rechnen. Zunächst zum Verlaufshoch bei 15.501 Punkten und dann etwas höher Richtung 15.550 Punkte hier zur oberen Trennkanalbegrenzung. Gut und dann haben wir hier die Markierungslinien vorliegen für die Long und Short Bereiche im Tageschart im DAX. Da hatten wir am Vortag den Long Bereich zwischen 15.150 und 15.200 Punkten und den Short Bereich dann zwischen 15.480 und 15.530 Punkten. Es bleibt dann erstmal abzuwarten, wie wir uns hier über dem 10er EMA verhalten. Die Long Idee hier unter dem 10er EMA, die wir vorher hatten, die ist ja aufgegangen. Die Idee war ja vorher, dass wir hier eine Abwärtsbewegung durchführen bis leicht unter dem 10er EMA und es dann wieder zu einem Anstieg kommt. Das hat soweit geklappt, aber aktuell haben wir hier eine Schwäche vorliegen vorbürstlich und insofern könnten wir hier, wie gesagt, wieder nach unten abdrehen. Daher werde ich erstmal keine Long und Short Bereiche nennen. Ich werde jetzt mal abwarten, dann wie sich der DAX dann am heutigen Freitag weiter verhält. Möglicherweise werde ich dann Long und Short Bereiche noch unter dem YouTube Video am heutigen Freitag nachtragen. Gut und damit wären wir dann erstmal wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Freitag. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Trading, ein erholsames Wochenende und ich melde mich dann am Montag wieder mit dem ING Markets Morning Call und dem ING Markets Chartflash.